Fünf, vier, drei, zwei, eins, lasst uns Dead by Daylight spielen! Schnauzen, halt die Fresse, Skull! Boah, ich dachte schon, es hat sich wieder aufgehangen. Wollte grad sagen, weil mir jetzt auch grad aufgehängt. Also bei dem Spiel ist es echt, da kriegst du echt Angst und ich glaube, es hat sich aufgehangen. Nee, doch nicht. Oh, Alter. Da denkst du einfach wirklich durchgehend, dass sich das aufhängt, der Spiel. Musst du Leertaste drücken, oder, bei den Quicktime-Filmen? Oder Leertaste war das ja, ne? Loll, das haben wir echt lange, irgendwie, wie lange ist denn das her? Oh, ich starte mit John, ich bleib bei ihm, weil der irgendwie immer am Anfang nicht stirbt. Oh, ich höre ihn schon, Alter, ich höre ihn schon. Hä, wo gehst du hin? Tu mal was! Ja, ich such grad den Dings. Hier. Also auch schon. So, hier ist ein Generator. Oh, lecker. Ungleich das erste Quicktime-Event weg. Der Idiot rafft überhaupt nix, Alter, was macht der? Loll. Der ist voll bei mir vorbeigelaufen grad, glaub ich. Loll. Ist der scheiße, Mann. Mach mal nen Totem kaputt. Der ist aber immer noch da. Ist der noch bei euch? Ja, der ist noch bei uns. Okay. Immer noch? Ja, ja. Immer noch. Immer noch? Ja, immer noch. Immer noch, ja, die ganze Zeit. Gut, dann mach ich mal weiter. Jetzt hat er mich. Doch, ich höre es noch pochen. Immer noch. Immer noch. Wenn du es nicht mehr sagst, bitte Bescheid. Immer noch. Er rennt dir hinterher. Immer noch. Ja. Ich weiß nicht, was er macht. Er ist immer noch hinter mir. Ja, ich auch noch. Er hat überhaupt nix. Ich glaub, er ist besammen oder so. Ah, leck. Ich hab's echt verlernt, das Spiel. Oh, bei mir ist jetzt schon die Grähe. Geht es jetzt oder wie? Jetzt hat er mich verloren. Ich sag's euch, der Typ ist übelst schlecht. Ich raff nicht, was er macht. Und ich muss mich jetzt mal ein bisschen bewegen, weil ich hab die scheiß Grähe über meinen Kopf. So lang war er jetzt bei uns. Such halt den Generator. Er ist ja sowieso bei John. Nö, jetzt weiß ich nicht mehr, wo er ist. Weil ich nicht mehr so gesagt hab. Er ist bei John. So, jetzt hat er mich verloren. Endlich. Alter, weg von mir. Jetzt kommt er irgendwo hin, Leute. Ja, wahrscheinlich zu mir, weil ich es dreimal verkackt hab. Hey, das hab ich gar nicht gehört. Schön gemacht, wie auch immer das war. Ich hör's klopfen bei mir. Das geht ja wahrscheinlich zum Fertigen Generator. Ich hab's jetzt auch verkackt. Ja, das hat er... Oh... Oh... Es war erst an mir vorbeigerannt, aber es war richtig. Ja, bei mir auch. Also, vorhin, mal. Wenn man einfach ein Gegner nicht verkackst, ist das ein Freund. Ja, mit den Skillchecks hab ich's nicht mehr so. Ich auch nicht. Ich hab's echt verlernt. Ja, ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass man das so leicht verlernt. Dreimal verkackt, das ist unglaublich. Ich hab's nur einmal verkackt. Über 80%. Zeig nicht, wo er ist, alter. Er ist grad bei mir vorbeigelatscht. Geht, glaub ich, zum fertigen Generator jetzt. Ja, weiter geht's jetzt zum fertigen Generator. Hier ist noch ein neuer, frischer, also wer auch immer wieder bei mir ist. Das bin ich. Hey, fuck you, man. Ja. Wer immer fehlt, gell? Ja. Oh, shit. Na, ich bin wieder, ich bin auf irgendeinem... Ich find keine Palette, das ist doch normal. Die ist keine Palette. Willst du mich verarschen? Digga. Schau doch mal, wo du durchgelaufen bist. Er verfolgt dich deine Sporen jetzt. Oh, da oben auf dem Berg ist ein Generator, ne? Macht mal Generatoren, Leute. Er läuft hier im Kreis. Achso, okay, alles klar. Mach ich das doch mal. Jetzt ist er unterwegs in die Mitte der Map. Ah ja, toll, genau da, wo ich bin. Er hat mich gefunden, er hat mich gefunden. Gut, dann heil ich mich mal schnell selbst. Ach ja. Ich würde hier mal kurz den Haken. Er ist immer noch hinter mir her, ich trage ihn jetzt. Helft dir dann gleich mit dem Generator, Skull. Alles klar. Schön. So, ich bin wieder geheilt. Hat er mich gehittet? Oh, ich lauf genau zu dir gerade. Macht das was? Ne, oder? Ach ja. Bis dann hat er mich, Leute. Ach quatsch, der ist evid, der sucht dich schon. Der hat dich schon verloren. Wir sind bei 60%. Er kann schon mal einen Ausgang suchen. Ja. Das ist glaube ich 80. 90. 80. Ich bin dabei. 90. 80. 90. 80. Kann mich einer heilen? Er kommt, er kommt. Okay, lass mal weglaufen. Aber nicht jeder in dieselbe Richtung. Ich dachte, ich soll wegen Hallen zu dir. Mach mal den Ausgang auf. Heute ist er halt zu mir. Gut, dann mache ich den anderen Aufgang auf. Aber ich habe den einen Hakenkopf gemacht. Da müsste ich irgendwo ganz weit weg tragen müssen. Warte nochmal. Ich mag das nochmal hinkriegen. Ausgang ist offen. Oh. Oh. Halt mal die Julia und dann macht mal eine Massenreduktion. Also mein Ausgang ist auch offen. Ich wollte es nur gesagt haben. Würde ich kommen. Ja, Julia ist es auch. Also ihr müsst jetzt rein. Ja. Ja, ich sehe ihn. Wo geht denn da hin? Er geht jetzt. Ihr müsst jetzt. Bis in der Nave kommt schon. Ja. Ja. Aber... Jetzt erst vorbei. Er ist vorbei. Er ist vorbei. Er ist vorbei. Er ist vorbei. Lauf, 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 lauf. Oh shit. Der würde jetzt zu dir kommen. Das weißt du schon, oder? Ich lauf zu Julia. Das ist leider Julia befreien, weil der läuft jetzt mir hinterher. Er hat zu sehen, dass ich befreit wurde. Ich weiß noch ein Geräusch hier. Ich fang den Hit, falls er da ist. Ich lauf zu Julia. Wir mussten uns mal führen, wo wir lang müssen. Äh... Ich weiß nicht, wo die geöffnet haben. Julia, komm mit mir mit. Ach, die hinten ist der Ausgang. Da ist auch einer. Nein, auch nicht. Alter, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Julia, wenn er kommt, ich fang den Hit. Nee, der hat dich verloren, oder? Nee. Hier? Wo er kommt? Ja, er hat mich natürlich wieder... Scheiße. Haltest du mich schnell? Ja. Du hättest einfach nur geradeaus weiterrennen müssen. Warum bist du zurückgerannt? Aber ich dachte, er läuft außen rum. Aber hier ist der Ausgang. Bist du tot jetzt? Nein, er könnte mich noch zu dritt befreien. Warte, dann... Warte, ich geh nach vorne, weil er hat mich noch gar nicht mal gehabt. Hat er dich schon mal gehabt, kommt? Nö. Ja, ich muss das Enter drücken. Versteckt euch einfach schön. Einfach schon versteckt. Dann geht einer befreien. Er ist hinter Julia. Jetzt geht einer befreien, weil er hinter Julia ist. Hier. Hier. Hallo, hier bin ich. Scheiße, er ist leider hinter Julia. Schön zum Ausgang. Lauf zum Ausgang. Kann ich dich... Soll ich dich vorher heilen, oder so? Ach, scheiße. Ja, warte mal. Wir machen das jetzt so. Du warst nur einmal gehangen, Julia, oder? Ja, nur einmal. Gut, ich hol dich gleich wieder raus. Wo ist denn dieser scheiß Ausgang? Soll ich dich schnell heilen? Ja, einmal. Aber John muss halt jetzt dann rauslaufen. Egal, egal, egal. Wir gehen ganz normal zu dritten. Ich kann ja einen hinfangen. Wo ist der? Ich muss nur wissen, wo der Ausgang ist. Der ist hier. Wo? Hier, okay. Okay, hier ist der Ausgang jetzt. Wir haben noch bisschen Zeit. Entspannt euch. Oh, da ist er. Warte, komm Julia. Raus. Oh scheiße. Warte, okay jetzt. Ich trolle, ich trolle ihn weg. Lauf raus. Ich trolle ihn. Ich trolle ihn. Jawoll, raus mit uns. Okay, lauf raus. Einfach rauslaufen. Alle rauslaufen. Ja, du Opferboy. Alle trau... Alle draußen? Sehr gut. So schön. Ja, wieso willst du jetzt rauskommen? Sehr schön. Ja, der muss ihn erst mal finden. Na ja, er campt ihn jetzt. Ja, der andere Ausgang wäre offen. Also ihr müsst, wenn dann, nur einen anderen Ausgang finden. Das wäre auch ne Möglichkeit. Aber du kannst ja einmal getroffen werden von ihm. Die waren gar nicht so weit auseinander, weil ich hab ja... Eben, und dann hab ich ihn auch noch geheilt. Was mit dir? Jawoll. Hä? Wo ist der Wind? Hallo. Hä, wo ist der Wind? Bestell ich nicht. Ne, es ist aber wahrscheinlich zum anderen Ausgang. Das war aber gute, gute Runter. Das war halt komischer, oder nicht? Das war richtig lustig. Fast von zu einfach. Das schreies nicht. Das schreies nicht. Wenn jetzt der Lobbyführer zurück ins Submenü geht... Kommen wir, bleiben wir dann in der Lobby? Ja, warte, ich probier's mal. Ich geh jetzt mal raus. Was? Naja, komisch. Wohl, wohl. Also, ich bin noch im... Bin da auch noch drum. Wenn ich jetzt auf verlassen drück... Na, ich lad einfach nochmal einen. Ja, lad nochmal einen. Was für ne Scheiße. Wat für ne Kacke. Was war das? Aber hey, für die erste Runde lief's besser als damals. Ja? Das stimmt allerdings. Gut, wir hatten jetzt wirklich keinen guten Killer, aber immerhin. Ne, der war auch viel schlecht. Der war richtig kacke. Lass mich malen. Ich hör mal ganz kurz zu... Die DbD dbd db 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 Alleine Bär stellen für sich berühmt warm an Öffnet man denn ein Chat? Was? Und noch mal? Blödsinn! Blödsinn! Einfach nur auf mich draufklicken, zweimal. Ja, nochmal. Verdächtig, sauber, erhöht leicht hierüber, tue ich schon nicht. Ich gehe unten auf Steam. Da, nein. Auf Nachricht jetzt. Also unten auf Freunde. Dürfen wir doch mal den Chat mit mir, ja? Doch, die ganze... Rechtsklick, Nachricht senden. Hab ich schon. Rechtsklick. Starten. Äh? Wie dumm ist das denn? Ich wollte einfach mal so Spiele erstatten. Ist wahrscheinlich grad verbockt. Ach, alles Mist. Ich hab mit deiner Karte genutzt, weil ich hab keine Karte. Und das ist Müll. So, wieder da. PB. THX. Da ist ne Werkzeugkiste. Jetzt, warte. Die Runde hat's voll gebracht. Ich hab so ein Ingenieurswerk zur Kiste bekommen. Hm, hm. Endlich mal keine Taschenlamm in diesem blöden, drühen Ding da. Jaaaa. Kleine Katze wächst. Wächst. Tja, das ist... Ja, das ist keine kleine Katze mehr. Naja, noch schon. Wo seid ihr jetzt? Wo ist denn Julia? Julchen? Ihr ist verwackt. Verwackt. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Du verwandest Pflanzen, die du in der Nähe des Lagerfalles gefunden hast. Ein Tink-Tink-Turen. Die Blutungen verringern die Heilungsgeschwindigkeit. Und die Effizienz von Heilungsgegenständen werden um 33% gesteigert. Meine Freunde. Meine Freunde. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Aha, aha, aha. Ich habe immer wieder Angst, dass es sich immer wieder aufhängt. Vielleicht bereit, komm. Go. Schauen wir mal, ob wir wieder so ein Glück haben oder ob wir diesmal voll auf die zwölf kriegen. Müsst du denn eigentlich nicht auf die 13 oder auf die 11? Ich weiß nicht. Das heißt doch auf die Fresse. Die Fresse ist normalerweise der höchste Punkt eigentlich an deinem Körper und die 12 ist der höchste Punkt an der Uhr. Deswegen auf die 12, weil das heute eine Fresse demonstrieren. Gut hergeleitet. Danke. Ich bin einfach voll intelligent. Ich intelligente immer. Jetzt bin ich aber gespannt, was für einen Killer wir haben. Oh, bei mir ist direkt ein Generator. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Und bei mir ist direkt ein Spiulihaas hier. Und da, Ton ist auch hier. Yay. Ich laufe nicht schon wieder. Der Generator hier ist ein bisschen offen. Der Sauertyp. Alter, ich habe keinen Nerven für den ich... Nee, nicht der... Was, Gerner? Nein. Ich sehe ihn. Der steht auf dem Berg und chillt und beobachtet. Oh, verflucht. Oh, der ist richtig gut. Der chillt am Berg und... Oh Gott. Ja, was ist daran gut? Kommt hierher. Ja, der kommt direkt zu uns. Ja, ich sehe es schon. Was für einer ist es? Die Sauer, der... Der Fleisch... Oh nein. Fleischibaischi. Weil... Der hat so einen scheiß Fluch drin. Leck mich am Arsch. Ja, dann. Ihr könnt den Generator machen. Er ist bei uns. Ja, der chillt bei uns. Er hat mich gefunden. Oh, hallo. Ah, er cheatet. Ach, er cheatet doch nicht, oder? Als ob der mich gerade da gehittet hat. Das kann mir keiner erzählen, Mann. Du brauchst ja gar nicht anfangen mit Generatoren, Gott. Boah, dieser Fluch. Halt mich, Carl. Was? Der kann doch nicht so schnell um die Ecke rennen und so, oder? Nein, nein, nein. Ja, mich hat er schon. Das machst du. Ach, komm, der hackt doch wirklich. Ohne Bits. Das geht mir schon wieder auf den Sack. Wie er genau weiß, wie ich renne. Und ich habe die Falle am Kopf. Ich habe noch nicht mal einen Generator gesehen. Ja, das ist ein bisschen 50%. Erkneide ich gerade? Ja, ich komme schon wieder. Jetzt haben wir wenig Zeit. Man hat schnell... Woher hat er genug... Wusst, dass wir beide dort sind? Und also, selbst als du weggelaufen bist, hat er immer noch gewartet. Langsam, nichts spinnt, nichts spinnt. Ich sehe ihn nicht mehr. Doch, er ist bei mir. Generator der Helden. Ich habe gleich einen Generator fertig. Er läuft gerade in die Mitte, in die Hütte. Ach, Generator, der da hinten ist, halt. Er läuft genau in die Richtung, wo der Generator gerade fertig geworden ist. Gut, ich gehe dich jetzt vor retten. Hier ist das ja auch meine Quest. Und hier gleich bei mir ist eine Puppe. Schau, wo ich jetzt bin. Ja, ich sehe alle weißen Rande. Da hinten, wo wir gerade waren, auch. Aber ich weiß nicht, sollst du mich erst heilen vielleicht? Oder ich mich selber? Ja, heil dich selber, weil dann kann ich schon mal einen Generator machen. Oh, du bist in meiner Nähe. Ich könnte dich dann... Eventuell... Durch die Nebel sieht man den echt schlecht, irgendwie. So, wie läuft der denn? Alter, weil ich selbst pflege, die dauert gerade ewig lang. Geh dich gleich holen, Hasim. Spann dich. Mach dir Generatoren und halt, ähm... Halt euch, genau. Also ich werde in der Nähe von der Julia. Ja, er holt mich mal. Ja, okay, dann mach. Ja, ich muss so ein Ding machen. Ich habe keine andere Wahl. Meistens, meistens verkacke ich dabei. Toten schon kaputt? Nein, das ist noch nicht kaputt. Das ist noch nicht kaputt. Du wirst diese Totems finden. Toll, hat nicht funktioniert. War wieder klar. Ich bin gleich tot, ne? Wollte ich mal so sagen. Die Zeit ist schon bei der Hälfte um. Nein, du hast so ewig Zeit, chill. Nee, die Hälfte ist schon um. Geht aber. Achtung, Achtung! Alter. Oh mein Gott. Dieses Falle entfernen, das ist so ungefähr. Das dauert einfach ewig lang. Hört ihn halt einfach gar nicht, ne? Ah, sie hat mich. Wie oft man da das machen muss. Er ist aber dumm, weil er tut sofort die Fallen drauf. Das ist doch nicht. Das ist extrem schlecht. Ja, guck mal. Ich habe nur noch. Ich hänge da, wo Julia hinkommt. Ich habe schon fast die Dreiviertelzeit von mir ist um. Und ich habe schon zwei solche Dinge gemacht. Wie gering deine Chance ist, dass du das überlebst. Und das kannst du ewig lange keine Generatoren machen. Die Zeit, die er dich dann wahrscheinlich findet, ist extrem hoch. Guck mal, ich bin gleich tot. Das piepst schon extrem laut. Jetzt, endlich. Ich habe einen Totem, ich zerstöre es mal. Er ist bei mir, er ist bei mir. Er geht Richtung Julia oder irgendjemand, der alleine ist. Das bin wahrscheinlich ich. Er geht Richtung, ja, der alleine unterwegs ist, da ist er unterwegs. Er schleicht da gerade hin. Ich habe einen Totem zerstört. Wie viel Fallen kann er eigentlich setzen? An den Kopf. Endlich. Nee, ehrlich. Was bringt mir das jetzt? Er ist hinter mir, also nutzt die Zeit jetzt bitte. Ich muss mich gerade halten. Wie nutze ich den Schlüssel? Weiß das jemand? Du hast die Luke gefunden, hast glaube ich, kannst du die aufmachen. Hm? Ich glaube, du kannst die Luke aufmachen, wenn du sie... Ach so. Das ist ja mal geil. Falls jemand die Luke findet zufällig, schreit es mir. Und kann dann jeder durch oder nur mit deinem Schlüssel drücken? Oh, ich habe das Totem zerstört. Er ist nicht mehr hinter mir her. Ich habe das passende Totem zerstört. Sehr gut, sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Er ist nicht mehr hinter mir her, jetzt müsst ihr aufpassen, weder. Weißt du zwar gerade jetzt nicht, wo du warst, aber... Er ist cool, ich bin bei dir. Und er ist... Ich habe es gebrochen gehört. Ja, weil er klappt hinter uns. Ja, der ist hinter dir, da machen wir den Generator schnell. Oh. Also bei mir leckt es schon. Ja, hin und wieder auch. Ja, bei mir hin und wieder auch. Aber der Fluch ist leckt, Gott sei Dank. Ihr müsst immer mit einem Plan laufen, ja. Ihr müsst, wenn ihr weglaut, jetzt sofort wissen, welches Gebäude... Ihr müsst euch sofort entscheiden, wo läuft ihr hin, wo wird wahrscheinlich eine Palette sein, ja. Ihr dürft nicht mal da, dann wieder mal da, mal da, sondern ihr müsst, wenn ihr weglauft, sucht euch ein Gebäude, ihr sucht euch eine Palette, irgendwas, die richten und lauft ihr einfach straight. Dort läuft ihr dann einen Kreis her. Merkt euch das mal. Ja, aber ich finde meistens nie eine Palette. Ja, ich weiß, aber du musst einmal kurz, du hast fünf Sekunden, dann... Oder zwei Sekunden, derzeit musst du zum Looten, wo eine Palette ist. Das ist auch ein Totem. Ja, und dann weißt du nach hinten. Aber ich brauche mir nicht mehr Totem. Ich habe doch das richtige Totem schon gefunden. Ja, gut, aber Totem ist ein bestimmtes Problem da immer. Es ist generell immer Wasser. Nee, nur, der hat da... Ja, schön da rumherum Trollen. Schön drumherum Trollen. Wisst ihr, wo das ist? Nächste Palette, nächste, genau, hier. Skull, da hinten wäre der nächste Generator. Such eine Palette, einmal absolviert werden. Skull, wo bist du? Wo da hinten? Egal, nächstes gefunden, wo bist du? Einfach straight, genau. Palette gefunden, Trollen. Dann, guck hier, kommst du. Wie hat das gerade fertig gemacht? Ich weiß nicht, aber da vorne ist der... Der läuft schon halber. Ja, ich sehe dich, ja. Oh, er kommt zu uns. Ich befreie dich, Hasi, okay? Keine Hasi, ich bin bei dir. Ist bei mir, ist bei mir. Lauf bitte weg, damit ich dich nicht befreien kann. Denk ihn nochmal ab mit dem Totem. Ja, jetzt kommt der zu mir, oder? Nö, ich glaube, ich habe ihn... Lol, der findet mich nicht mehr. Friskant. Lauf, entspann dich einfach. Konnig, gehe zu dem Generator, wo du warst. Kannst du kurz ihn ablenken? Ja, das ist, glaube ich, nicht. Ich fahre jetzt einfach. Wett. Lauf. Lauf. Geh schon mal in der Richtung, wo du läufst. Er ist auch auf dem Berg. Oh, er ist bei mir. Oh mein Gott, ich habe es echt geschafft. Läuft immer noch die hinterher, Hasi? Ja. Ja, das heißt, er würde sie rushen. Er hilft nichts. Okay, die wird jetzt sterben. Oder läuft er mir hinterher, weiß ich nicht. Wir müssen jetzt unbedingt einen Generator gemacht haben. Ja, wir machen gerade einen. Nicht, Julian, in die andere Richtung rennen, bitte. Danke. Scheiße. Ich war gerade... Er läuft immer noch zu, Linde, ja? Meinst du, ist das nicht Ablenkung? Ja. Ja, war ich dann tot. Scheiße. Oh nein, jetzt würde er zu uns kommen. Obwohl, nee, er hilft uns auf. Oh, das schaffen wir nicht. Weil das gleich ein Gehacken ist. Doch, doch, doch. Aber wenn der bei uns ist, einer von uns beiden verreckt. Ich war noch nicht gehangen. Ich schon. Dann tue ich ganz holl zu mir laufen. Er ist in der Mitte gerade gelaufen. Ich lauf direkt zum Ausgang. Er ist bei mir, er ist bei mir, Leute. Hier ist die Luke. Ehrlich? Ja. Ja, mach den Ausgang auf. Ich mach den Ausgang auf. Ich guck mir nicht so in die Fresse. Ich guck mal diesen scheiß Ausgang. Also, einer ist zur Hälfte offen. Er wird mich schnappen. Kann einer schon blocken? Einer ist offen. Ich komm vom Berg runtergesprungen. Einer ist offen. Ich geh leider nicht, wo du bist. Hier, ich komm jetzt zum Ausgang. Ich hör's extrem pochen. Oh, oh, oh. Ja, kommt doch alle raus. Wir sind alle da. Kommt, komm, lauf, lauf. Ich kann blocken. Ja, Mann. Jawohl. Es tut mir leid, Julia. Aber ich hab... Ja. Danke für den Opfer. Aber hey, es war echt ein guter Killer. Und wir haben es relativ gut hinbekommen. Er war relativ gut. Ja, also er war... Vor allem der Killer an sich, der ist halt schon so schlimm. Ja, der ist furchtbar. GG. Ja, GG. Hä, cool. GG. Schön, GG. Schöne Runde. Ja. Ich mag gar nicht mal so Schlachten. Ja. Schön pass. Ich freu mich dann auf die nächsten Runden. Oh, komm. Wir sind auf dem gleichen Level. Wow. Well played, Bill. Wer ist Bill? Du warst Bill, ne? Komm. Bill hat... Hat John gespielt. Genau. Ja, der hat geschrieben Well played. Also schön gespielt. Hat er geschrieben zu dir. Geht's mir? Ja, er hat geschrieben Well played, Bill. Ach so. Also Bill, dein Charakter. Also schön gespielt, Bill. Naja. Wir haben alle schon gespielt. Wir haben alle schön gespielt.